Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Berufsguide in WoW Shadowlands und zwar dreht sich das diesmal um den Juwelier. Der Juwelier ein sehr vielseitiger Beruf. Ich zeig dir mal wie du den ganz einfach von Skill.1 bis Skill.100 hochleveln kannst. Vor allem was es da noch so ein bisschen zu beachten gibt und was dir der Beruf alles so bringt. Das alles erfährst du nach einem kurzen Intro. Also bleib dran. Wenn du jetzt den Beruf des Juweliers lernen möchtest in Shadowlands, das kannst du ganz einfach machen. Und zwar musst du dazu nach Horibos zurückkehren und dort die Halle der Formen aufsuchen. Der befindet sich hier in diesem Bereich. Dazu gehst du halt einfach einmal hier gerade durch. Kannst du auch rollen, wenn du Mönch bist. Ich lerne das jetzt auch mal Mönch. Dabei gibt es noch ein bisschen was zu beachten. Wenn du einen Beruf vorher schon hattest, wenn du jetzt zum Beispiel die Verzauberkunst gehabt hast und du möchtest dir nur kurz ein paar Juwelen herstellen und wechselst dann wieder zurück auf die Verzauberkunst, dann fängst du wieder bei Skill.1 an. Also es ist leider nicht so, dass wenn wir einen Beruf wieder erlernen wollen, den wir schon mal geskillt haben, dass der dann wieder die maximalen Skillpunkte hat. Das geht leider nicht. Das heißt, man sollte sich das schon am Anfang überlegen, ob man tatsächlich diesen Beruf dann auch wirklich haben möchte. Ich habe jetzt die Verzauberkunst verlernen. Kann jetzt zum Lehrer hier hingehen. Das ist der Juwelierskunstlehrer Auvesg. Und Auvesg gibt dir einmal die Juwelierskunst selber per se. Dann kann man nämlich die ganzen Rezepte aus der alten Welt lernen. Aber viel wichtiger ist, du möchtest natürlich in Shadowlands das Erlernen und die Shadowlands Materialien bzw. Rezepte alle herstellen. Und das kannst du hier bei Auvesg machen. Es ist so, dass wenn ihr Juwelier seid, dann braucht ihr noch ein Gegenstand. Und zwar ist das ein Juwelierset. Das müsst ihr immer dabei haben. Ohne das Juwelierset könnt ihr diese ganzen Sachen nicht craften. Im Verlauf dieses Guides ist es auch so, die ganzen Rezepte, die lernt ihr hier bei Auvesg, bei dem Juwelierskunstlehrer. Und könnt ihr halt einfach immer, je nachdem welchen Skillpunkt ihr gerade am abarbeiten seid oder auf welchem Niveau ihr euch bewegt, könnt ihr die neuen Rezepte einmal dazukaufen. Da seid ihr dann relativ fix unterwegs. Das Ganze selber. Da gibt es zwei Sachen. Einmal das Sondieren. Damit zerstört ihr Erze und die Juwelierskunst selber. Da habt ihr dann quasi euer Fenster. Ich mache das auch über das Blizzard Interface. Da kann man das sehen. Ich empfehle aber auch, wenn ihr das richtig benutzen möchtet, um auch ein bisschen Gold zu verdienen, dann solltet ihr das mit TSM machen. Das ist ein bisschen profitabler oder ertragreicher. Und ihr könnt auch sehen, wie viel Gewinn ihr habt, wie häufig etwas verkauft wird und so weiter. Im Großen und Ganzen das Word of Warcraft User Interface zum Skillen reicht vollkommen aus. Ihr braucht aber auch noch das Sondieren. Man kann sich das Sondieren mit in die Leiste reinpacken. Man könnte das aber auch quasi immer direkt anklicken. Das würde auch funktionieren. Wenn ihr wie gesagt den Beruf jetzt erlernt, skillt, verlernt und wieder neu lernen wollt, fangt ihr wieder bei 1 an. Das ist ganz wichtig. Macht euch also vorher ein bisschen Gedanken darum, ob ihr die Juwelierskunst wirklich braucht oder nicht. Was braucht ihr jetzt alles, damit ihr diesen Beruf auf die maximale Skillstufe bringen könnt? Da werdet ihr auf jeden Fall 800 Lestrit-Erze circa benötigen. Circa 10 Synvyr-Erz. Synvyr-Erz, genau. Das ist ja auch immer ein Zungenbrecher. 5 Ubril, Edelsteine, 100 Uribranden und 25 Wut-Augen. Das werden wir durch das Sondieren alles erhalten. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber ihr müsst euch auch Lestrit-Fassungen holen sowie 40 Formbarer Draht und 20 Oxyn-Erze werdet ihr ebenfalls benötigen. Es kann durchaus sein, dass ihr von dem einen oder anderen Material etwas mehr braucht oder etwas weniger. Je nachdem, wie sehr wir Skillpunkte bekommen. Denn wenn wir ein grünes Rezept haben, kriegen wir nur ganz selten einen Skillpunkt. Bei einem gelben ist das schon häufiger der Fall. Und ein orangenes Rezept gibt uns immer einen garantierten Skillpunkt. Da muss man ein bisschen Glück haben. Manchmal ist einem da das Glück auch holt, manchmal nicht. Aber das sind so grob die Materialmengen, die ihr dafür benötigen werdet, um euren Juwelier auf Stufe 100 hoch zu skalieren. Also hoch zu leveln. Wo kriegen wir diese ganzen Sachen jetzt so alle her? Und zwar beim Handwerksmaterial ist es der Fall, dass wir Bergbaumaterial haben. Das sind die Lestrit-Erze. Sind wir Erz, braucht ihr Phaedrum-Erz, Selenium-Erz, Oxyn-Erz und Eletium-Erz. Also das sind die Materialien, die aus dem Bergbau verarbeiten können. Die ihr quasi von jemandem, der Bergbau geskillt hat, auch erhalten müsst. Oder ihr habt da selber einen Farm-Char. Dann könnt ihr euch da natürlich selber mit versorgen. Lestrit-Erze werdet ihr überall finden. Im Grunde genommen in ganz Shadowlands. Dann habt ihr Solenium-Erz, das gibt es in der Bastion. Oxyn-Erz findet ihr in Maldraxxus. Phaedrum-Erz im Adenwald. Und das Synvir-Erz, das werdet ihr bei den Venture in Revendreth finden. Ihr könnt aus dem Bergbaumaterial könnt ihr das dann sondieren. Und da kriegt ihr dann Ombrill, Oribrand und Wutauge. So wie Essenzen der Qual, der Wiedergeburt, der Tapferkeit und der Knechtschaft. Ist natürlich auch stellvertretend dafür für die einzelnen vier Reiche in Shadowlands. Und es gibt auch noch Händlermaterial. Das umfasst die Lestrit-Fassung, formbarer Draht und für die Legendary Rohlinge den Orborialen Splitter. Kauft die Orborialen Splitter immer dort, wo ihr nach Möglichkeit ehrfürchtig seid, dann spart ihr nämlich so ca. 25 Gold pro Stück. Und das macht sich dann bei einer größeren Produktion dann doch durchaus bemerkbar, wenn ihr da diese Kosten halt habt und sie nicht einspart. Also da lohnt sich schon der Weg, wenn man weiß, ich baue jetzt fünf oder sechs oder fünf zehn Ringe zum Beispiel. Dann lieber einmal günstiger einkaufen und ein bisschen Gold sparen. Diverses Material gibt es auch. Schmiede und Alchemisten können Schatten schreckbaren herstellen. Die benötigen wir auch für die höheren Rezepte später. Da seid ihr dann damit ganz gut versorgt. Wenn ihr einen Alchemisten kennt, der kann euch das transmutieren. Schmiede können es per se so direkt einmal ausbauen. Die brauchen halt auch ein bisschen Material, aber können das dann in Massen produzieren. Es gibt natürlich auch beim Juwelier ein paar optionale Reagenzien. Da wir ja auch höherwertige Ringe und Amulette herstellen können, gibt es die Male des Handwerkers auch beim Juwelierskünstler. Das Male des Handwerkers 1 setzt quasi das Item Level auf 55 runter. Male des Handwerker Novizen auf Level 50, sodass es also ab Level 50 55 nutzbar ist und das Male des Handwerkers 2 erhöht das die Gegenstandsstufe auf 168, sodass ihr 60er Items bauen könnt für Twings und die dann im Aha verkaufen könnt. Dafür braucht ihr dann aber für das Male des Handwerkers 2 ein bisschen Ruf. Da kommen wir gleich zu. Und ihr könnt auch ab einer gewissen Stufe könnt ihr im Grunde genommen Massensondierungen betreiben. Das bringt das Ganze ein bisschen schneller voran. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit immer alles einzeln machen, sondern könnt wirklich in Massen das sondieren. Das ist noch mal ganz praktisch. Deswegen hier Sondierungen von Ernst habe ich mal mit reingenommen in den Guide. Da spart man halt auch noch einfach noch mal bare Zeit mit, wenn man das in Massen halt herstellt. Das ist aber fast derselbe Output, wie als würdet ihr das einzeln machen. Viel wichtiger noch, was wir als Juwelier eigentlich herstellen können, sind diese ganzen Juwelen für die Sockelsteine oder für die Sockelplätze. Wir können nämlich für jedes Sekundärattribut im Großen und Ganzen einen Juwelenverbund herstellen. Eine meisterlicher, das ist für Mastery, also Meisterschaft spiegender, das ist für Tempo, tödlicher für kritische Trefferwertung und vielseitiger Juwelenverbund für die Vielseitigkeit. Die können wir auch relativ simpel herstellen. Das kann man fast in Massen produzieren. Das lohnt sich aber auf jeden Fall immer mal ein bisschen was zu haben. Habt ihr viele Twinks und braucht mal so ein Ding für euren Sockel, dann greift auf eure Bank zurück. Die sind wirklich halt easy herstellbar. Dann gibt es noch einen Transmog, die Krone des Rechtschaffenden. Da brauchen wir ein bisschen Draht, ein bisschen Soleniumerz und halt jeweils einen farbigen Stein. Und können dann eben halt nochmal so einen Transmog herstellen. Ja, die Legendary Basis Items, die wir herstellen können als Juwelier. Das ist jetzt so mal der Schattenschreckringer als Beispiel genommen. Was ich euch daran zeigen möchte ist, es gibt natürlich auch noch Heizketten, ganz klar. Aber je höher das Itemlevel des fertigen Produktes nachher sein soll, desto mehr Material benötigt ihr zum einen. Und damit ihr den Rang 2 herstellen könnt, also Itemlevel 210, müsst ihr erst einmal 15 mal den Schattenschreckring gebaut haben. Dasselbe gilt auf der 210er Stufe und auf der 225er, dann kriegt ihr erst die 235er. Ihr braucht dann halt doch ein bisschen mehr Material, wie man hier sehen kann. Denn es muss halt 15 mal hergestellt werden, damit ihr den nächsten Rang erreicht. Und so seid ihr dann auch in der Lage, quasi die Rohlinge herzustellen und die dann zu verkaufen. Das lässt sich auch recht gut gewinnbringend machen. Ringe und Amulette sind nicht so häufig als Legendary Basis Item zu nutzen. Aber es gibt schon noch die eine oder andere Klasse. Deswegen lohnt sich das schon da auch ein bisschen Energie reinzustecken, falls ihr das für eure Klasse sowieso selber bauen möchtet. Das Schöne ist nämlich derjenige, der den Rohling herstellt, dessen Name steht nachher auch beim fertigen Item. Also wenn das Legendary gebaut worden ist und ihr habt das hergestellt, Valinia heißt meine Mönchchen, mit der wir das hier lernen, dann würde da stehen hergestellt von Valinia. Wir haben auch ein paar Rufrezepte und zwar ist es so, dass wir das Mal des Handwerkers 2 von Venari erhalten. Das ist beim Schlund bei Venaris Zuflucht, kurz vor Torgast, da werdet ihr auf jeden Fall schon mal dran vorbeigekommen sein, also den solltet ihr euch da noch gut dran erinnern können. Den kennt eigentlich jeder, da kriegt ihr auch eure täglichen Quests in Shadowlands für den Schlund. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt eine belebende Juwelendublette erlernen in Ravendress bei Herren Miaela, dazu müsst ihr wohlwollend sein. Ihr könnt allerdings aber auch das in Oribos lernen und zwar in Oribos ist das so, dass ihr dort im Grunde genommen einfach nur, ich schiebe das hier wieder ein kleines Stückchen hoch, das mache ich auch in jedem Guide. Das könnt ihr hier unten lernen, da wo ich jetzt mit der Maus am rumzeigen bin, dort könnt ihr das dann lernen, denn falls ihr jetzt keine Venture seid, dann ist es natürlich schwierig da in das Pakt Sanktum reinzukommen. Aber so seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und habt nochmal dieses Rufrezept gelernt. Ja, dann wollen wir mal anfangen mit dem Skillen, das ist im Grunde genommen eigentlich ganz simpel. Die ersten Skillpunkte, die ihr sowieso grundsätzlich machen werdet, da müsst ihr einfach nur ungefähr 20 mal was sondieren. Ich habe auch die Erze schon mal mit eingepackt und sogar noch ein bisschen was über einen großen Durst. Aber man kann das ganz einfach machen, indem man entweder hier drauf klickt und einmal das Listrit-Erz sondiert. Aber ihr seht, da gibt es dann auch ein paar Skillpunkte für, zeige ich euch hier, jetzt habe ich einen Skillpunkt gekriegt, kann dann wieder sondieren. Das werden immer 5 Erze zerstört und da kriege ich dann eben halt auch die Essenzen raus, je nachdem was ich halt vernichte. Ich kann das Ganze auch natürlich hier in die Leiste reinpacken und immer wieder ständig das mit der Tastatur machen. Es geht am Anfang dann auch ein bisschen schneller anstatt sich da einmal so durchzuwühlen. Das Ganze macht ihr 20 mal oder beziehungsweise bis ihr 20 Skillpunkte habt und sondiert euch da jetzt ein hoch und ein runter. Und dann kriegt ihr ja auch schon die ersten Edelsteine, die ihr seht. Das Schöne ist, wenn mit dem Listrit-Erz, es kann wirklich jeder Edelstein da rauskommen. Also wir haben auch schon alle drei Farben. Das Einzige, was halt nur selten passiert, ist, dass wir Essenzen bekommen. Aber für Skillen selber, ich packe den da mal dahin, ist es halt wirklich so, dass wir zum großen Teil nur die Edelsteine benötigen. Und das ist auch ganz praktisch an der Stelle. Und so kriegt man nämlich schon mal die ersten halt so einmal raus. Und der Grund, warum ihr später nachher noch ein bisschen mehr braucht an Erzen ist, weil ihr halt Massensondierungen betreibt. Und mit dieser Massensondierung könnt ihr das Ganze natürlich wesentlich schneller machen. Läuft das automatisch durch, ist dann auch fertig. Aber die ersten Stufen müssen eben halt hier gemacht werden mit der Einzelsondierung. Das ist halt einfach, um den Beruf vielleicht nochmal kennenzulernen. Und ihr seht auch, die ersten Rezepte werden da jetzt schon gelb, weil ich hier jetzt hochjette auf 16 Punkte. Ich kriege jetzt im Grunde genommen fast ja jetzt habe ich zum Beispiel keinen Punkt bekommen. Jetzt habe ich wieder keinen Punkt bekommen. Also es dauert auch tatsächlich ein bisschen. Aber ihr solltet halt wirklich schauen, dass er auf diese 20 Punkte hochkommt. Jetzt habe ich nochmal einen Punkt gekriegt. Die Erze müssen sowieso sondiert werden. Deswegen ist das am Anfang ein bisschen, kann das schnell gehen. Es kann aber auch etwas dauern. Jetzt haben wir, also 18 Punkte haben wir ja jetzt schon. Jetzt kriegen wir schon den 19 Punkt. Und dann haben wir den 20 Punkt. Und dann seid ihr bereit für den nächsten Schritt. Wenn wir jetzt nämlich zum Lehrer gehen, dann kriegen wir nämlich das, was wir auf jeden Fall unbedingt haben wollen. Erstmal können wir natürlich noch ein paar Dinge erlernen hier. Aber das Wichtigste habe ich gerade gelernt. Und zwar ist das die Massensondierung. Jetzt muss ich das nicht mehr einzeln machen. Jetzt kann ich im Grunde genommen das 30 mal machen. Das mache ich jetzt auch mal. Mal gucken wie viele Punkte wir da rauskriegen. Und wir kriegen halt wirklich sehr sehr viele Punkte so per se schon mal raus. Wichtig ist, dass wir auf Skillpunkt 45 ungefähr kommen. Und das Inventar füllt sich jetzt auch ordentlich mit den Steinen dort. Also ich kriege halt jedes Mal ein Wutauge, ein Umbrüll. Dann kriege ich auch mein Oribrand. Da kommt einiges zusammen. 33 Punkte. Das passiert. Geht auch. Es wird auch schon gelb. Das Rezept. Und dann müssen wir halt einfach einen kurzen Moment warten. Einige werden auch schon blau. Jetzt gibt es mal Skillpunkte. Dann gibt es mal keine Skillpunkte. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht klappt das. Vielleicht klappt das auch nicht. Sonst muss man immer mal einen nachlegen. 45 Punkte. Jetzt ist es gerade grün geworden. Und das ist dann so der, wo es dann eben halt mit den nächsten Sachen weitergeht. Da könnt ihr auch schon direkt zum Trainer einmal hingehen. Die Sachen auch einmal durchleeren. Also ihr braucht es sowieso. Und da machen wir weiter im nächsten Schritt. Falls ihr die Sachen noch nicht habt, die ihr dafür benötigt. Jetzt benötigt ihr nämlich quasi auch hier formbarer Draht. Und hier die Lestrid Fassung. Also die sind auch glücklicherweise relativ günstig. Da braucht man jetzt nicht zu viel Gold ausgeben für. Das ist ganz entspannt eigentlich. Aber wir müssen jetzt fünf Male des Handwerkers eins herstellen. Weil jetzt ist es noch orange das Rezept. Zack einmal erstellen. Damit wir auf 50 Punkte hoch kommen. Es kostet natürlich auch Edelsteine jeweils. Eine Lestrid Fassung und einen formbaren Draht. Und wird dann glaube ich. Genau jetzt müsste es gleich bei gleich gelb werden. Ja jetzt ist es gelb geworden. Dann können wir auch direkt wieder zum Trainer hingehen. Und die nächsten Rezepte lernen. Die nächsten Schritte die da jetzt gleich kommen werden. Sind da ein bisschen variabel. Also wenn ihr die Bunch oder eine große Bunch herstellen möchtet. Von verschiedenen Juwelen empfehle ich das auch. Ihr könnt aber auch natürlich nur kritische Trefferwertsteine herstellen. Das würde auch gehen. Oder nur Vielseitigkeit. Je nachdem auf welchem Stand ihr gerade vom Skillniveau her seid. Denn der nächste Schritt mit dem wir jetzt weitermachen. Das ist der tödliche Juwelen Verbund. Das sind die 10 Stück. Stellen wir davon her. Die könnt ihr auch einlagern. Also die kann man immer gut gebrauchen. Die geben 16. Also plus 16 auf kritischen Trefferwert. Und da macht ihr auch fast nichts falsch mit. Wenn ihr TSM Crafting benutzt. Werdet ihr aber sehen. Dass ihr ein bisschen Verlust damit machen werdet. Im Großen und Ganzen. Die werden aber immer gebraucht. Also fast immer. Also ich brauche immer welche. Ja im nächsten Schritt lernen wir natürlich das dann wieder beim Trainer. Dann haben wir auch die anderen beiden einmal erlernt. Das ist ganz knorkel. Jetzt können wir auch alle herstellen. Wir machen dann auch mit dem tödlichen. Ne mit dem spiegelnden. Da war es. Mit dem spiegelnden Juwelen Verbund. Also das ist das was ich vorhin meinte. Ihr könnt jetzt auch natürlich andere benutzen. Das würde auch funktionieren. Da stellen wir uns dann wieder 10 Stück her. Bevor wir. Also dieser Skillbereich ist auch tatsächlich für. Für. Die. Ähm. Für die Juwelen Verbünde da. Und ihr merkt auch. Tödlicher und vielseitiger Juwelen Verbund wird jetzt auch schon gelb. Das heißt. Und die anderen werden auch gelb jetzt. Man könnte damit jetzt noch weiter skillen. Das wäre durchaus möglich. Aber mit den anderen Rezepten die gleich kommen werden. Dann werden wir auf jeden Fall einen Skillpunkt bekommen. Und das ist dann natürlich ein bisschen einfacher. Man könnte aber auch sagen. Okay. Ich brauche sowieso noch mal 10 davon. 10 davon. 10 davon. Dann habt ihr erstmal ausgesorgt. So viele. So krass. Intensiv. Und viele wird man nicht direkt verbrauchen. Weil man kaum Sockel bekommt. Aber wenn man mal einen Sockel hat. Dann bringen die halt ordentlich was. Ja. Im nächsten Rezept ist es dann so. Dass wir schon auf die Ringe gehen. Und zwar müssen wir da einen tödlichen Synvir-Ring herstellen. Jetzt haben wir hier so zwei Felder dazu gekriegt. Wir können jetzt Sekundärwerte festlegen. Wenn wir Schriften haben. Vom In-Schriften-Kundler. Und wenn wir ein Mal des Handwerkers reinsetzen würden. Dann würde sich beispielsweise dieses Item-Level würde sich dann ändern. Habe ich einen so schlechten Ring drinnen? Okay. Nee. Aber man kann das dann ein bisschen mit beeinflussen. Mit ein bisschen Glück. Kriegt man auch die passenden Werte raus. Also das wäre jetzt durchaus möglich. Dann könnte man die auch eventuell verkaufen. Wir haben ja ein paar Male des Handwerkers hergestellt. Das macht eben keinen Abbruch. Sondern wir können halt wirklich quasi viele davon herstellen. Ja. Und die im Großen und Ganzen halt verkaufen. Weil das kann man immer gut gebrauchen. So einen expliziten Ring. Der lässt sich immer ganz gut verscherbeln. So. Auf jeden Fall. Wir stellen das jetzt erstmal her. Fünf Stück. Und ihr werdet gleich sehen. Es fehlt mir jetzt noch ein bisschen was. Ich brauche nämlich die tödlichen Juwelenverbünde dafür. Und da ich quasi nicht genügend Steine habe. Weil mir fehlt hier Ori Brandt. Ori Brandt. Genau. Kann man auch schnell durcheinander bringen. Müssen wir da noch welche nachherstellen. Jetzt kann ich nochmal zwei herstellen. Und dann habe ich quasi auch jetzt 87 Skillpunkte erreicht. Denn das muss ich auch haben. Und dann machen wir im nächsten Schritt weiter. Ja. Der letzte Schritt sind dann ein paar spiegelnde Oxyn Ringe. Oder Oxyn Hals Ketten. Die könnt ihr natürlich auch herstellen. Das bleibt euch überlassen. Das Material ist im Grunde genommen genau dasselbe. Könnt ihr alle herstellen. Fünf Stück. Es wird nicht reichen. Da wird mir jetzt noch gleich ein Skillpunkt fehlen. Aber ihr könnt damit eben halt einmal komplett hoch skillen. Das sind auch die Rezepte die ihr beim Trainer noch gelernt habt. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier meisterliche Juwelenverbünde noch ein paar herstellen. Jetzt kann ich mir dann meisterliche Phaedrum Ketten herstellen. Das geht auch. Also die Variante funktioniert ebenfalls. Da kann man das so ein bisschen variieren auch. Also das ist aber auch relativ simpel herzustellen. Arbeiten bis ins Jenseits. Zwei Berufe fertig. Von Naba. Und dann habt ihr auch ein bisschen was hergestellt. Auch ein paar Sachen. Die sind auch ganz gut für Twings. Und kommen auch ganz gut an. Wenn ihr die Sachen verkauft. Also da lässt sich immer mal ein bisschen was rausziehen. Weil gerade Ringe und Amulette sind halt blöd zu bekommen. Also auch beim Leveln. Meistens kriegt man nicht die passenden Sachen die man gerne haben möchte. Und so habt ihr auf Stufe 50, 55 und 60. Habt ihr da ein ganz guten paar Ringe. Hier sind zum Beispiel auch Sockel mit drauf. Das heißt da könnt ihr dann auch Sockel reinpacken. Das ist der Vorteil davon. Von diesen Ringe die hergestellt sind. Die sind halt besockelt. Und wenn ihr da was reinpackt. Das ist halt immer besser als wenn ihr einfach nur ein Standardring findet. Ja was könnt ihr alles noch lernen wenn ihr den Beruf jetzt soweit abgeschlossen habt. Und ihr habt den maximalen Skill Level erreicht. Dann fehlen euch jetzt natürlich auch noch ein paar Sachen. Einmal die Krone des Rechtschaffenden. Das ist ja ein kosmetisches Item. Was ihr da herstellen könnt. Und die Schreckenshalskette sowie der Schreckensring. Wie bekommt man das? Das bekommt man ganz leicht. Das bekommt ihr oder lernt ihr auch hier bei Auvesg. Ihr müsst aber dafür die Einführungsquestreihe in Torgast gemacht haben. Sobald ihr den Runenschmied kennenlernt. Und den Runenschmied auch im Grunde genommen die Questreihe erledigt habt. Dann kriegt ihr in Torgast auch von ihm dann die Aufgabe oder die Quest. Hierher zu kommen zu Auvesg. Einmal mit Auvesg zu sprechen. Und dann erlernt ihr das automatisch. Und dann könnt ihr anfangen quasi die Sachen herzustellen. 15 Stück immer basteln. Und dann. Also ich kann jetzt auch nur Rang 1 machen. Wenn ich das gelernt hätte. Da muss man 15 Stück davon bauen. Dafür braucht ihr halt dann die Essenzen. Und Essenzen lassen sich wunderbar herstellen. Über das Sondieren von anderen Ärzten. Wenn ihr quasi das soweit perfektioniert habt. Ihr habt ein paar coole Dinger da. Fertig gemacht. Sucht euch einen Inschriftenkundler. Bietet das vielleicht als Set an. Da lässt sich dann ein bisschen mehr Geld oder mehr Gold. Dann könnt ihr noch ein bisschen damit verdienen. Aber im Großen und Ganzen relativ simpel auch. Ihr könnt natürlich auch noch die belebende Juwelendublette euch besorgen. Ich persönlich sage aber. Also das Rezept. Ja. Die meisten werden Sekundärstats mit rein nehmen. Als Edelstein in die Socke. Und das passt dann auch ein bisschen besser. Mit dem Juwelier könnt ihr auf jeden Fall auch. Ganz gut eure Gedenmitglieder versorgen. Packt es auf den Twink. Dann seid ihr gut beraten damit. Ja. Was ist mein Fazit zum Juwelier. Der Juwelier ist ein sehr sehr praktischer Beruf. Wir können wirklich viel damit anfangen. Wir können uns unsere Sockelsteine selber herstellen. Wir können im Grunde genommen Ringe als legendäre Rohlinge basteln. Und im Großen und Ganzen ein bisschen underestimated der Beruf. Aber trotzdem diese Steine braucht jeder. Also jeder der irgendwie einen Sockel hat. Steine gehen immer gut weg. Da kann man sich gut was auf Vorrat produzieren. Man muss nicht ständig die ganze Zeit dahinter sein. Dass man ständig irgendwas nachproduziert. So kann man einmal in einem großen Schwung was herstellen. Man hat dann was. Man muss nicht extra Gold ausgeben. Und das ist. Wir kriegen wirklich viel raus. Für relativ wenig Aufwand. Und auch Spielmechanik schon wichtige Dinge. Gerade halt wenn ihr einen Kritzsockel habt. Und den ihr mit dem Kritzstein füllen wollt. Solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. So könnt ihr halt einfach noch ein bisschen Gold sparen. Und im Großen und Ganzen. Ja der Juwelier ist ganz knorke. Kann man gut kombinieren mit Bergbau. Und dann eben halt sich selber versorgen. Das ist ganz einfach gemacht. Deswegen empfehle ich den Beruf auf jeden Fall. Auf mindestens einem Twink. Auf einem Twink würde das auch vollkommen ausreichend sein. Dann seid ihr ganz gut unterwegs. Jo. Ich hoffe dir hat der Guide gefallen. Und wenn er dir gefallen hat freut es mich. Jo. Wir sehen uns im nächsten Berufsguide oder Klassenguide. Vesarius. Meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest. Einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache drauf drücken. Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video. Was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Video Vorschlag. Und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Also.